Liebe Freunde des Werbemuseums einmal was völlig anderes. Einen Fund von einem Fleischer aus der Wachau mit Spitz an der Donau und Achsbach Markt gelegen. Wunderschön, Farbe vorne aus dem Jahr 1972, was Fleischer alles bieten. Ein Inhaltsverzeichnis hat das auch das Werk. Ein Kalendarium hat es auch mit Bauernregeln. Des Weiteren sowohl vom Schwein als auch weiter hinten vom Kalb die klassischen Küchenbegriffe, die es alle gibt, dass man noch weiß was was ist. Dann möchte ich daran erinnern, für alle, die es immer besser wissen, natürlich haben auch österreichische Frauen immer Kopftücher gehabt, vor allem am Land. Ich erinnere mich meine Schwestern ja auch und nicht nur zum Cabrio fahren oder nach dem Zahnarzt, nach dem Friseur übrigens heute auch noch immer. Und dann hinten etwas hochinteressantes, die perfekte Handpflege ist auch wichtig, was man tut gegen Nikotinflecken, sogar für die Fleischhauerinnen. Wenn ihr Nagellack nicht rasch genug trocknet, darf man auch ausnahmsweise einmal Haarlack darüber sprühen, was der Fleischhauer alles anbietet. Ich selber bin nicht der große Fleischtiger, ich bin nur kein Vegetarier oder Veganer, aber das stören mich alle nicht. Halte ich für sehr vernünftig, aber hier wirklich sehr übersichtlich und gut gemacht. Wunderschönes Werk.